Bisschen nach rechts vielleicht noch? Hey Niko! Mensch Sebastian! Dich gibt's hier auch noch! Wusste ich auch nicht. Was machst du da? Ich versuche gerade meine Webcam irgendwie einzustellen für ein Vlog auf YouTube. Was ist YouTube? YouTube ist die größte Community für Trolle und gleichzeitig die größte Videoplattform überhaupt im Internet. Da kann dann jeder seine Videos reinstellen und andere können die dann hassen und dich beleidigen. Aber warum sollte man denn sowas machen? Das hat ganz verschiedene Gründe, aber hauptsächlich sind Trolle mit sich selbst unzufrieden. Schau mal, ich habe hier einen kleinen für dich. Oh Gott ey, geh mal zum Friseur ey und schnitz mal dein Horn und abnehmen solltest du. Geht ja mal gar nicht und spielen kannst du auch nicht. Und du machst das voll falsch, du Idiot ey. Mach mal vernünftige Videos, sonst deabonier ich dich ey. Voll scheiße wenn ich dich sehe, bewerf ich dich mit Ziegelsteinen. Aber ich habe doch Angst vor Ziegelsteinen. Und das hast du größtenteils den ganzen Tag auf YouTube. Das ist ja furchtbar Nico. Also wenn du das schon schlimm findest, dann schau dir mal den typischen YouTube Vlogger an. Hey Leute, was geht ab? Also mir ist ja was total witziges passiert. Und mit witzig mach ich total affengeil. Kennt ihr das, wenn ihr durch die Stadt geht und irgendwelche Mädchen kommen auf euch zu und sagen Hey, du bist doch der aus YouTube. Und ihr sagt genau Baby. Und dann knallt ihr die so richtig durch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Wenn ihr das auch toll findet, dann gebt einen Daumen hoch und schreibt in den Kommentaren, was eure Lieblingsfarbe ist. Und wenn ihr schon dabei seid, denkt dran mich zu abonnieren. Denn für jeden verfickten View bekomme ich Kohle. Also klickt ihr Face auf meine Videos, damit ihr die unübersehbare Werbung in die Fresse geklatscht bekommt. Ich will Geld. Brauche ich eh nicht mehr.